Herzlich Willkommen zurück hier beim Post-Hiking-Matcher 2014 bei Folge 69. Mit dabei ist wieder der Lieblingsub Konrad. Ja, Hallöchen. Das war jetzt ganz herzlich heute. Ja. Uiuiui. Ja, ein gut gelaunter Lieblingsub Konrad, der sich hier scheinbar freut auf die nächste Etappe von der Türkei-Rundfahrt. Ja, ja. Von der er auch sehr viel mitbekommt. Ähm, also man muss jetzt dazu sagen, er sieht wieder nicht, was ich hier tue. Was halt an meinem Internet liegt, das kennen wir ja schon die Leier. Ja, wir haben die Option, entweder ich höre ihn oder ich sehe, was er spielt. Und dann höre ich ihn doch lieber. Weil das Let's Play kann ich mir dann auch noch angucken. Richtig. Na siehste, da habe ich ja doch noch einen Zuschauer irgendwie. Ja. So gesehen. So, heute fünfte Etappe von Marmaris nach Turgutreis. Turgutreis. Ja, Turgutreis. Das ist ja, hm, ein schöner Name. Bis nach Asien. Bis nach Asien, das könnte man so denken. Naja, Türkei ist ja zur Hälfte Asien. Oder fast ausschließlich Asien. Außer so ein kleiner Zipfel. Aber auch die kleinen Zipfel sind wichtig. Ja. Denn ohne die kleinen würden die großen nicht mehr wirken. Richtig. Wenn alle Zipfel groß wären, dann... Ja. Ah, Alter. Okay. Warum sind wir jetzt von Geografen? Keine Ahnung. Warum bist du letztens vom Erklären von Hügeln zu Venus-Hügel? Ich weiß es doch nicht. Oh, Mann. Heute jedenfalls eine relativ hügelige Etappe. Zumindest zu Beginn ist sie recht anspruchsvoll. Gegen Ende wird es ein bisschen flacher. Und es geht ja jetzt eigentlich nur darum, dass wir irgendwie das gelbe Trikot verteidigen. Dass wir bei der dritten Etappe erobert haben, bei der Bergeteppe. Wie meinst du denn als fachkundiger Kommentator hier wieder unsere Chancen stehen? Naja, da die Etappe am Anfang ist ja anspruchsvoll, hast du gesagt. Mhm. Und dann wird es immer flacher. Ja. Ganz flach wird es nicht, aber es sind dann nur noch kleine Wellen. Okay. Dann ist das ja wie unser Humor. Also müssen wir da ja erfolgreich sein. Ähm, ja. Ja, siehste. Charmant. Oh, Mann. Ja, vor allem, wenn man 1-0 zurückliegt, dann ist ja immer gut. Ja. Ja, ja. Ja. Wie bei Rocket League. Rocket League? Habe ich heute aufgenommen. Aber egal, es soll jetzt nicht Thema sein. Egal. Doch, du musst ja deine Fahrradzuschauer auch zum Autofußball lenken. Ja. Also, wenn ihr mal ein Spiel sehen wollt, das so halb Fußball und halb Autorennen-Action-Gedönse ist, könnt ihr euch ja mal Rocket League angucken. Ja, ja. Entweder auf dem Kanal der Rebellischen Rabauken, da mach ich das. Oder beim Lieblingsub Konrad, der hat schon ein paar mehr Folgen. Da mach ich das. Ja, dann... Ich hab immer ganz viele nette Leute mit dabei. Richtig. Unter anderem auch mich zum Teil. Ja, ja. Also, könnt ihr gerne mal reingucken. Oder beim Livestream, hinter Fritte. Und ich in der Liga spiele. Ja, das ist auch lustig, hab ich gehört. Oh, Mann. Naja. So, Gewerbung. Gehen wir zum Programm. Genau, Programm. 120 Kilometer sind es noch. Vorne haben wir gerade neun Fahrer an der Spitze. Die aber allesamt... Ich guck gerade mal, wer der Bestplatzierte ist. Das müsste Bono sein von der Lampro-Mannschaft. Der hat 11 Minuten 47 Rückstand. Also keine wirkliche Gefahr. Zwei Minuten Vorsprung haben die Ausreißer. Unsere Mannschaft hinten im Feld. Versucht gerade in den Abstand so ein bisschen konstant zu halten. Zwei Minuten sind's. Die können sie ruhig haben. Damit richten sie keinen Schaden an. Und ein kleiner Hügel kommt noch. Aber es ist halt noch sehr weit bis ins Ziel. Von daher glaube ich nicht, dass da jetzt ein großer Angriff gestartet wird. Ich hab mir gerade eben, bevor wir die Aufnahmen mal angefangen haben, den Rest der Rundfahrt mal angeguckt. Da kommt noch eine Etappe, die hügelig ist. Und bei den Flachetappen soll es kein Problem sein, eigentlich das Trikot zu verteidigen. Also die hügelige müssen wir noch überstehen. Dann würde ich sagen, haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Hast du nicht so gute Bergfahrer? Doch. Deswegen ja. Also ja, schon. Aber es sind ja hügelige Etappen. Ah. Am Hügel ist er schon nicht schlecht. Aber wir haben hier noch ein paar im Feld, die am Hügel richtig gut sind. Zum Beispiel Toni Galopur und Luis Leon Sanchez, die dir bestimmt viel sagen werden. Ja, ja, natürlich. Du kennst dich doch mit Fußball aus. Bisschen. Bisschen. Es hat mal bei Real Madrid, das ist noch gar nicht so einher, ein Fußballspieler im Mittelfeld gespielt. Der heißt Pedro Leon. Ja. Sagt dir der was? Nein. Verdammt. Das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte, die auch sehr kurz ist. Das ist der Bruder von diesem Luis Leon Sanchez. Oh, haben die sich früher aufgeteilt. Scheinbar. Ich weiß Fahrrad und ich spiele Fußball. Ja. Und beide immerhin auch professionell und scheinbar recht erfolgreich unterwegs. Das ist, wenn die Eltern nicht mehr Spielzeug haben, außer ein Fahrrad und Fußball. Ja, schlitt aus den Kindern was. Scheinbar. Der eine hat bei Madrid gespielt. Ich glaube, jetzt guckt der irgendwo in der spanischen Liga rum bei irgendeinem anderen Team. Und Luis Leon Sanchez hat, glaube ich, auch schon mal Tour de France Etappen gewonnen oder sowas. Also auch recht erfolgreich unterwegs. Und die hier wollten mich ja bei der letzten Aufnahme, daran wirst du dich nicht mehr erinnern können, weil du sie auch nicht gesehen hast, in dem Sinne, wollten die mich ja auch schon ärgern. Von daher bin ich da ein bisschen... Naja, man muss halt gucken. Das hier halt durch überrumpeln lassen und dann dürfte es eigentlich kein Problem werden. Was meinst du, wer den mehr verdient von denen? Der Fußballspieler oder der Fahrradfahrer? Der Fußballspieler. Also sind Fahrradfahrer nicht so toll bezahlt? Nein, ganz bestimmt nicht. Das dachte ich mir, als ich den Jan-Ulrich letztens wieder gesehen habe. Ja gut, wobei so ein Jan-Ulrich, der hat bestimmt viel schon recht gut verdient, als der gefahren ist noch aktiv. Ja, halt auch durch Werbeverträge und so. Ja, ja, der war ja... Der war ja schon einer der Besten überhaupt. Und ich glaube, wenn du einer der Besten bist, dann verdienst du da schon ordentlich. Naja, aber er musste ja auch viel in die Medikamente investieren, damit er einer der Besten ist. Ja gut, ich denke mal, es macht das Team für dich. Ich glaube nicht, dass du da in die eigene Tasche greifen musst. So, Andreas Stauf ist jetzt leider abgehängt. Das ist jetzt an sich nicht schlimm. Aber, ja, das Ende ist ja wie gesagt ein bisschen flacher. Da wäre es schön gewesen, wenn er auch mit dabei wäre, weil es unser bester Sprinter in der Mannschaft ist. Wobei richtig flach wird es auch nicht, muss man mal ehrlicherweise zugeben. Na, mal gucken. Es sind auch nur noch 10 Kilometer. Ich habe jetzt ein bisschen... Wir haben uns wieder mal ein bisschen verschwätzt. Ich habe bei LPT immer so das Problem, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Aber vier Fahrer sind noch vorne. Eine halbe Minute Vorsprung. Ja, da vorne sieht man sie schon. Also, das ist nicht wirklich viel. Die sind so gut wie eingeholt. Ich lasse mal Kono Valoras ein bisschen seine Energie sparen. Denn vielleicht kann der ja noch mal was reißen. Er ist ja im Hügel auch nicht so übel. Am Hügel auch nicht so übel. Oh Mann. Warum bist denn du aus dem Battle Rap Turnier rausgeflogen? Tja. Wenn man so Dinger raus raus. Tja, tja, tja. Ich merke es ja nicht mal. Ich spreche ja schon normal so. Das ist wie deine Titel bei den Minecraft Let's Plays. Hm. Was ist mit denen? Ja, das sind auch immer so kleine Lines. So Mini-Reime. Jetzt ein Teil. Nicht alle. Ja, das habe ich mir jetzt abgeguckt, mein Freund. Echt? Ja, ja. Gibt jetzt wieder Titel. Ja, heute. Dein heutiger Titel war ja Ich bin wieder da. Ja, ja, ja. Das war gut. Ja, mit vielen A's. Ja, ich bin wieder da. So, ich habe es glaube ich jetzt schon ein bisschen verkackt. Manches ist noch vorne mit dabei. Aber mit dem. Ach komm. Wenn er schon vorne dabei ist, dann sprinten wir jetzt mit mit unserem besten Bergfahrer. Das ist mir jetzt auch egal. Gucken wir mal, was er da hier leisten kann. Auch wenn es jetzt natürlich unnötige Kraft kostet. Oh mein Gott. Vielleicht reißt... Das Feld reißt so... Naja, nicht... Es reißt minimal auf. Vielleicht kriegen wir ein paar Sekunden. Ich glaube aber nicht. Die Etappe holt sich. Einmal mehr. Reinhard Janssen von Rendsburg. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Zweiter wird Elia Viviani. Dritter Pelucci. Den Rest gucken wir uns gleich an. Manches wird Zehnter im Sprint. Nicht schlecht. Für einen Bergfahrer. ARS gucken wir uns jetzt gleich mal bei der Siegerehrung an. Ich mache mal in weiser Voraussicht die Musik aus. Weil ich habe ja da meine Sound-Mod in der Siegerehrung drin. Dann überlappen sich wieder die beiden Melodien. Und dann wird es wieder wahnsinnig. Na gut. Wir warten jetzt mal, bis der letzte auch noch im Ziel ist. Das ist Palmore von der Drapack-Mannschaft in Australien. Auch der letzte darf ja mal erwähnt werden. Und hier sehen wir nochmal den Sprint. Van Rendsburg also im grünen Trikot des Sprintbesten holt sich auch diese Etappe. Der ist so ein bisschen na die Entdeckung dieser Unfahrt würde ich jetzt nicht sagen. Aber es überrascht mich schon wie viel er hier gewinnt. Zweiter also wie gesagt Viviani. Dritter Pelucci. Vierter Morkov. Morkov. Ich weiß immer noch nicht wie man ihn ausspricht. Fünfter Nasser Buani. Dann Koren, Reines, Porse, Vanstein und Manches auf Rang 10 wie gesagt. In der Gesamtwertung tut sich damit wie erwartet nichts. Manches weiter in einem gelben Trikot. Zweiter Capecki mit 21 Sekunden Rückstand gefolgt von Dennis. Höh Dennis. Eine Minute 32 dahinter. Dann Van Rendsburg 1,35 und Bue auf Platz 5 mit 1,41 Rückstand. Na gut. In der Sprintwertung baut natürlich Van Rendsburg seinen Vorsprung aus durch diesen Etappensieg. Sechster ist da übrigens auch Manches. Also nur so am Rande mal erwähnt. In der Bergwertung führt weiterhin Marino von der Cannondale-Mannschaft vor Manches und Jack Bauer. So, dann haben wir die Nachwuchswertung. Dort ist logischerweise Manches auch der Beste vor Dennis und Vorname vergessen Van Rendsburg. Und in der T-Wertung führt auch unsere Mannschaft Antean Kubeka. Und weil die Folge jetzt so kurz war können wir nochmal ein kurzes Fazit von Konrad hören wenn er es möchte ohne es gesehen zu haben. Ja, also ich hätte mir mehr erwartet von deinen Fahrern aber man kann ja auch mal ein bisschen schwächeln zwischendurch. Und wichtig ist nur dass du das gelbe Trikot bis zum Ende verteidigst. Schöne Schlussworte. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.